Hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder nach langer, langer Pause. Ich habe euch heute mal wieder ein Indie-Spielchen mitgebracht. Wie ihr schon unschwer erkennen könnt, ist es ein Survival-Spiel. Ich weiß, es sieht unheimlich trashig aus. Ich dachte auch zuerst, das Spiel muss der komplette Bullshit sein. Aber tatsächlich ist es so, dass es enorm gut bewertet ist auf Steam. Also es hat nur richtig, richtig gute Reviews. Und ja, also Spielzeiten von 200-300 Stunden waren hierbei keine Seltenheit. Und da es einfach nur läppische 5 Euro kostet, dachte ich mir, komm, gibst du dem mal eine Chance. Ich weiß, dass es ein Open-World-RPG ist. Und das Spiel spielt in der Zukunft. Ein Jahr, nachdem die Zivilisation zusammengebrochen ist. Wir spielen einen Joey Wheeler. Sind wir bei Yu-Gi-Oh! gelandet, oder wie? Und wir sind ein Manager und wir sind in der Wüste. Und ja, in dem Bunker, in dem wir sind, haben wir scheinbar für ein Jahr Rationen. Und wir hören einen SOS-Ruf durch unser Radio. Okay, und dann geht es auch schon direkt los. Also, New Quest. Wir haben, obwohl es relativ frei ist, immer wieder Quests. Wir haben unser Auto vor einem Jahr hier in der Nähe geparkt. Wir müssen es finden. Natürlich wieder WASD, um uns zu bewegen. Das ist nicht wirklich schwer. Und ja, die Maus natürlich, um die Kamera zu bewegen. Passt. Kannst du wieder zumachen. Drücken wir mal Escape. Und ja, wir sehen unser wunderschönes Gesicht oben rechts. Ich kann mit Shift auch sprinten. Ja, okay. Muss man dann auch nicht unbedingt... Ah doch, er kann nur für eine gewisse Zeit sprinten. Die Perspektive, damit muss ich noch klarkommen, das merke ich schon. Ich will immer so ein bisschen RPG-like, eher von unten das ganze Geschehen sehen. Okay, Zombie. Ähm, wir sollen den Infizierten natürlich bekämpfen. Mir gefällt die Musik. Die ist chillig. Okay, mit dem rechten... Mit der rechten Maustaste zielen wir. Und mit der linken schlagen wir zu. Passt. Glaube ich. Oh. Hilfe! Was zur Hölle war das? Oh, okay. Ich wurde verletzt. Scheinbar war der Anfang schon mal ein riesen Fail. Und woher soll ich jetzt Bandage nehmen, Freunde? Okay. Ja, es ist unwahrscheinlich, dass ich überlebe, wenn ich nicht den Quest-Pfeilen folge. Das ist mir klar, dass es unwahrscheinlich ist. Das Problem ist nur, der Zombie-Type ist immer noch da. So, gehen wir mal ein bisschen mehr auf Abstand. Machen wir das eher so wie in Unturned oder so. Alter! Hahaha. Okay. Wie wunderschön. Okay. Habt ihr meinen Kopf gesehen? Das sah wirklich, ja, sehr gut aus, muss ich sagen. Hallo? Ich drück doch. Manu. Also, mehr als schlagen kann ich ja nicht. Ich versteh's nicht. Wie viele Schläge braucht der Kollege denn? Ja, ist okay. Hey, ne Fresse. Soll ich den jetzt einfach mal... Okay, ich werde jetzt wahrscheinlich... Ich hab das Gefühl, dass ich den überhaupt nicht besiegen kann. Von daher werde ich jetzt einfach mal... Hallo? Quest-Pfeil? Wo bist du? Ne, ich muss den besiegen, sonst würde der Pfeil nicht drauf zeigen. Mann. Also, wenn ich mich jetzt... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Leute! Ich bin... Also, klar, ich bin jetzt eigentlich nicht der Über-Zombie-Killer, aber so beschissen bin ich eigentlich auch nicht. Ja, rechts, um zu zielen, klar. Und dann links. Okay. Oh. Okay. Ich hab rechts nicht ganz gedrückt gehalten. Ich schätze, das werde ich jetzt einfach mal machen. Ja, geh weg. So. Sein Gesicht oben rechts zusammen mit der Musik. Wunderschön, wirklich wunderschön. Hallo? Wie nah muss ich denn rankommen? Okay. Und generell, wie oft muss ich den schlagen? Also, ich schätze mal, das Rote unten ist seine Lebensanzeige. Von daher, das Rote, auf dem er steht, meine ich, dürfte nicht mehr allzu viel fehlen, bis er dann endlich liegt. Der Arsch. Komm schon! Ah! Oh Gott, bin ich froh, wenn ich eine Waffe hab. Meine Fresse. Nein. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ja, Zombies, man. They creep me out. Ja, es sieht so aus, als ob sich der Kerl nicht sonderlich schnell bewegen könnte, weil er sich sein Bein irgendwie verletzt hat. Okay, ich soll den Körper absuchen, ob ich irgendwas Nützliches finde. Machen wir doch gleich mal. Äh, okay. Äh, 100 Dollar Rechnung. Ne, ach, das hab ich genau. Ähm, der hat tatsächlich eine Pistole, Bandagen und Munition dabei. Natürlich, das ist sehr realistisch, dass all das ein Zaum wieder bei hat. Ja, okay, kommt drauf an, wenn er vor kurzem noch gelebt hat, ne? Und, okay, dann hab ich das jetzt. Wie kann ich das jetzt ausrüsten? Also, ich soll jetzt natürlich zu Fuß die Straße entlang gehen. Ah, vielleicht war das ja mein Bein, das verletzt ist und gar nicht seins. Äh, ich würde jetzt aber ganz gerne noch... Nein, nicht hier. Ich würde eigentlich ganz gerne mal ausrüsten. Geht das nicht? Nein? Naja, okay. Ich schätze mal, das Spiel würde mir schon Anweisungen geben, wenn das schon ginge. Ach, toll. Ach, dankeschön hier. Also, benutze deine Pistole. Switch Weapons mit dem Mausrad. Das ist ja auch klar eigentlich, wie immer halt. Ach, okay. Okay, ansonsten bleibt es sich gleich. Okay, wie viele Schüsse kannst du ab, du Bist? Ja. Ja, das geht. Also, er sagt, er, beziehungsweise ich sage, dass ich total fail beim Zielen. Und von daher sollte ich jetzt einfach mal das Zielen üben. Das machen wir natürlich gleich mal. Ich finde jetzt aber nicht, dass das so schwer war eigentlich mit dem Zielen. Okay, wenn ich genug Praxis im Zielen hatte, dann soll ich einfach mal in die Kleinstadt nebenan gehen. Und gucken, ob ich ein paar Vorräte finde. Werde ich natürlich tun. Gucken wir nochmal. Ne, da finden wir nichts, ne? Ne, da finden wir nichts mehr. Okay. Dann humple ich mal mit meinem... Wow. What the fuck? Was für ein beschissenes Tempo hast du drauf? Alter. Das bin ich so aber nicht gewöhnt. Alter. Was geht? Alter. Fuck. Oh mein Gott. Das hat jetzt nichts wirklich mit den gemütlichen Zombies zu tun, die wir gerade hatten. Alter. Was geht? Überforderung. Okay. Wodka. Ja, Wodka nehmen wir natürlich mit. Ah, okay. Also gibt es ja auch wieder ein Crafting-System. Klar, das ist ja mittlerweile schon obligatorisch. Das darf gar nicht anders sein. Und wir können Molotow-Cocktails herstellen. Oder Bandage. Okay. Äh, was ist das Rote? Okay. Okay, passt. Äh, dann untersuchen wir den natürlich auch noch. Der hat Moni dabei. Das ist auch sehr schön. Und wo kann... Ah, hier unten kann ich sehen, wie viel Moni ich noch habe. Alles klar. Leute, mit diesem Affenzahn drauf, habe ich echt ein bisschen Schiss. Gucken wir mal, ob wir da reinschießen können. Nein? Also, finde was zu essen. Ein guter Platz, um anzufangen, wären die Häuser in Dejado. Ja, wie man in ein Haus reingeht mit links, also linken Mausknopf, ist eigentlich auch klar. Und dann F1, um das Inventar zu sehen. Ah, genau, da haben wir dann auch unsere Skills. Also, das Spiel hat eigentlich alles, was ein Zombiespiel braucht. Das sieht nicht sonderlich geil aus, aber für 5 Euro kann man da echt nichts sagen. Da habe ich schon ein schlechteres für 20 Euro gesehen. Der Dettlinger. Gucken wir einfach mal... Was soll ich hier jetzt? Ah, okay. Man kann nicht direkt in die Häuser rein. Man kann sich nur davor stellen und gucken, von außen was drin ist. Ja, nehmen wir natürlich mal... Hallo? Nein? Ja, ich nehme die Chips mit. Okay, also mit F1 können wir wieder immer noch ins Inventar gehen, können das Essen aussuchen. Und mit dem Mausrad können wir dann was essen. Äh, hallo? Okay, dann machen wir das halt. Machen wir das nicht? Doch, machen wir, ne? Jetzt. Wie viel Hunger habe ich denn? Hier. Ja, nee, dann muss man jetzt eigentlich nicht mehr essen. Das reicht, ne? Also, er will sich eigentlich nicht mit den Problemen anderer aufhalten. Aber, wenn er schon da ist, dann kann er ja gleich noch diesen Notruf untersuchen, was da eigentlich los war. Und wir laufen in die komplett falsche Richtung. Und ich habe ein bisschen Schiss davor, dass wieder solche Zombies kommen. Ja, das war scheinbar nicht ganz unberechtigt, dass ich Schiss habe. Ah, shit. Ja, das mit dem Zielen ist irgendwie doch nicht so einfach, wie ich mir dachte. Ah. Okay. Ich werde gleich mal meine Maus ein bisschen anders einstellen, weil die ist ein bisschen... Moment. Ich glaube, ich brauche doch noch ein bisschen... Äh... Hm, okay. Ich fühle mich diesem Shooting nicht gewachsen. Gold packt man natürlich trotzdem ein. Äh... Ja. Äh, ja. Kiff. Ja, okay, mache ich. Also, uns wurde jetzt geraten, dass wir die Bandagen benutzen. Und sonst hatte die leider nichts dabei. Auch hier das Gold. Nehmen wir natürlich mit. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt noch damit was anfangen können. Denn das Wirtschaftssystem bezüglich Geld und dem ganzen Zeugs müsste sich ja total verändert haben. In einer Apokalypse. Okay, die schaut normal aus. Ah ja, genau. Das ist die... Das ist die Olle von dem Frontscreen, die vorhin da war. Okay. Also, sie wollen Wasser besorgen. Und wir sollen jetzt den Schlüssel für den Autopark von den Infizierten, die im Wasserturm gefangen sind, den abluchsen. Okay. Okay. Aha. Wenn wir in ein neues Gebiet gehen, sollten wir immer gleich die Waffe parat haben. Das macht eigentlich auch Sinn. Wo ist jetzt aber dieser Wasserturm? Das würde ich noch ganz gerne wissen eigentlich. Mich fuckt das ab, dass es immer erst dunkel ist. Ah, scheiße. Habe ich jetzt keine Muni mehr oder was? Shit. Ach Gott. Leute, fail. Bitte. Ich bin komplett überfordert. Ich kann den einfach nicht angreifen, weil der viel zu... Der springt halt immer nur wie so ein Scheiß. Ach, was ist das? Ja, das ist mir klar, dass ich jetzt verwundbar bin. Oh, come on. Oh, Leute. Okay, das war jetzt echt knapp. Sorry, wenn ich gerade nicht mal viel geredet habe. Ich musste mich gerade dezent konzentrieren. Sniper-Rifle. Ja, eine Sniper hätte ich ganz gerne, weil ich bin da um einiges besser als im Nahkampf. Okay, wir haben... Wo sind die Bandagen? Habe ich die jetzt schon verwendet? Das ist doof. Das ist sehr doof. Ah, okay. Ich will jetzt... Okay, dann gehen wir mal da rein. Gucken. F1. Okay, da ist einiges. Wir haben hier ganz viele Chips. Wir haben natürlich Wodka. Ich sehe jetzt allerdings keinen Sinn darin. Okay, wir können ein bisschen was trinken. Aber an sich wäre halt Ammo um einiges sinnvoller gewesen, ne? Take. Ne, also zwei Wasser reichen, würde ich jetzt mal behaupten. Chicken Wire. Was das auch immer sein soll. Was das auch immer sein soll.